Wie man unschwer an dieser Brandung und an dieser Palme erkennen kann, sind wir blöderweise auf einer einsamen Insel gestrandet heute. Mensch, da wird was angespült. Wahrscheinlich war das erste Album das leichteste. Da hat man sein ganzes Leben Zeit zu. In mir entsteht Raum und Zeit Und ich weiß unterwegs zu sein Mene, wo genau liegt eigentlich das Bermuda-Dreieck? Meer. Ja, das ist richtig. Es bleibt dabei für sie, kein Mensch weiß Bescheid. Es ging nicht darum, dass es was total Großes ist, sondern ich hab einfach Lust gehabt, mich mal komplett auszutoben, was Arrangement angeht. Diese schreckliche Schlange gibt den Schatz erst her, wenn ihr ihr Rätsel gelöst habt. Happy Birthday 66! Mit 17 hat man noch Haare. Ja, mit 17 hat man noch Haare. Also das letzte Goldstück, den mehr Übergaben, schniefte Samstag. Samstag, du musst schniefen. Das letzte Goldstück dauert noch. Așa labert zu. Haha. Oh, 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 oh